Also ich wurde angekündigt, aber irgendwie auch nicht, hab ich das Gefühl. Kann ich da durchlaufen? Nein, natürlich nicht. Wäre auch so schön, um wahr zu sein. Erst mich kaputt machen. Nein. Shit. Einloggen kann man sich trotzdem nicht. Lukas, hilf mir! Ich weiß jetzt nicht, ob das das normale Treiben auf einem Hungry Game Server ist, oder ob dieser Server hier einfach un-, äh, ich sag mal, etwas unorganisiert ist. Oh, das ist ja ein Yoshi-Skin! Oh, ein Yoshi-Skin! Yoshi! Yoshi! Ich bin ein Fan von Yoshi! Yoshi! Komm her, Yoshi! Ach, dann nicht. Schön. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ich komm ja hier mit gar nicht... Oh, sind hier auch Sachen, oder? Administrator, Spieleleiten. Ach, das sind hier die ganzen Administratoren. Spielleiter ist unser Korfi, das ist der Fuzzi, mit dem wir auch was haben. Supporter. Ei, 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 hier geht ja gar nichts so... Wie die alle Wilsonen klettern und springen da drauf, um Himmels Willen. Es backt, es backt, es backt, Bug. Na super, backt, mitten in meiner Aufnahme, das war ja wieder typisch. Es ging ja nicht besser, wa? Was haben wir hier? Sponsorenwand. Ah ja, bin ich leider Gottes nicht eingetragen. Das kann man sich als armer, als armer, wirklich ahnungsloser Let's Player einfach nicht leisten. Ich muss ja sagen, es ist aber auch schon ein ziemliches Privileg, dass ich hier auf den Map von einem Erbauer gehe, ne? Also von einem meiner Abonnenten, sag ich mal. Mach ich eigentlich in der Regel, obwohl hab ich ja demnächst vielleicht vor einzuführen. Ups, ich spoilere nicht mehr. So. Hui. 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 Wollen wir mal gucken. Laufen wir doch mal raus, mal gucken, was hier so los ist. Jump and Run, Labyrinth. Labyrinth mach ich im Leben nicht mehr. Wo ist jetzt hier ein Jump and Run? Kannst mal weggehen. Zieh dich. Spielleiter. Huch. Huch. Schubst mich doch nicht. Ach, das ist hier so ein Mega-Jump and Run. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Vergiss das mal schnell, ey. Ich sag nur, ich in Adventure-Maps, das ist ja ein einziger Kapastrofe, so das mach ich nicht. So, was ist denn jetzt mit Bug? Kann ich da wieder ran anscheinend nicht? Na super. Spielleiter. Käpt'n bla 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 mach SG und Eve. Ein Traum. Aber bei Auslaugern kann man nicht, ne? Okay. Verbindung trennen. Von wegen hier, ne? So, ich sende jetzt einen Hilfe-Gruß. Koffi, darf man wieder spielen? Oder was soll das hier? Also, ob das schön ist, weiß ich nicht. Ui, ui, ich wollte doch ein bisschen spielen, Mensch. Macht die, macht Schirme. Ja, Leute. Verrückt die alle sind hier. Ich fühl mich wie zu Hause. Äh, wat, 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 spielleiter Koffi. Ja, sobald alle Arenen fertig sind. Na doll, das heißt also warten oder wat? Na komm, wir tanzen. Hui, 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 hui. Mitten in der Aufnahme. Warum auch nicht? Sag mal, wie geht's euch denn so? Geht's euch gut allen? Ist bei euch alles in Ordnung? Ich glaube, ich bin grad ziemlich laut. Ich freu mich irgendwie total. Bin grad ein bisschen über, übermüdet, weil ich schon seit, warte, ich zähl mal kurz, äh, 16 Stunden ungefähr wach bin und ich hab's grad 7 Uhr abends. Hust, hust. Äh, he, 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 he. Und ansonsten ist alles wunderschön. Wie geht's gut? Ich hoffe euch auch. Ist ja alles lustig hier. Oh, weia. Wenn jetzt alle Arenen durch sind, aber wie lange soll ich jetzt hier stehen und warten? Ist doch für meine Zuschauer so schnarchlangweilig. Mensch, ich wollt einfach mal... Ich bin gefangen. Ja, ich auch. Wo? Hier. In meinem Haus. Hier, in dem, auf dem Sur bin ich gefangen. Ich könnte einfach raus, aber ich will ja auch mal Hunger Games ausprobieren. Wir haben ja jetzt quasi nur kurz angetessert. Das ist ja blöd. Und wir wurden, wir wurden übrigens ermordet. Übrigens, wer gerade weiß, oder wer... Ich kann jetzt natürlich nicht nachgucken. Aber wer mir mal eventuell sagen könnte, wer sich da die Freude gemacht hat und probiert hat, mich umzubringen, sei sich die Person nochmal melden, okay? Und ich geh mal in der Let's Play Welt, hol mal so zwei, drei Creeper, sag mal, Mensch, Creeperlein, kommt mal Hand in Hand und dann... Dann unterhalten wir uns mal mit der Person. Denn, ja, ich denke mal, so ein paar Kontakte könnte ich da auch knüpfen. Ein paar Creeper, ich schließe ein geheimes Abkommen. Was, läufst du nur von meiner Linse rum? Juhu! Ähm, so, ne? Ja? Ich melde mich mal. Michi, me, left the game und hast du nicht gesehen. Ja, komm, tipp, ich will... Ich will spielen, Mann. Um Himmels Willen. Ey, so war das aber nicht. Facebook-Seite. Ja, das auch noch. Das ist ja alles voll mit Werbung, aber gut, das ist auch ein Server. Was soll ich da erwarten, ne? Lauf mir nicht vor der Linse rum, du, R-Mann. Äh, mir ist grad ein bisschen chaotisch. Bin der einzige Admon grad. Ich merk's. Schaffen... Schaffen wir's heute noch einmal zu spielen. Innerhalb der nächsten fünf Minuten. Also, so ein Server, du, da vernachlässigen sich die eigenen Leute. Hahaha. Ich könnte ja auch Admon werden, aber nein, dafür bin ich viel zu blöd. Äh, 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 ja. Ja, gut. Dann warten wir und ich fülle die Zeit mit meinem sinnlosen Gefase. Typisch. Ach, guck einer an. Inneren 6 fertig werden. Ach so. Ach, das geht nach Zeit. Ah, verstehe. Das geht alles nach Zeit. Ah, ah. Ich entschuldige mich mal so, weil ich hoffe, dass es nicht zu langweilig hier grad ist. Typ 3 ist ja auch ganz los. Und ich laber bestimmt eben wieder nur zu deinem Mist. Aber ich sag mal so, wenn man 14, 16 Stunden irgendwas um den Dreh so wach ist, hab ich mich aufgestellt. Ich glaube, wenn du so habt, hab ich richtig, geht's ja, weiß ich nicht. Hast du jetzt TeamSpeak? Ja. Weiß? Verstehe ich nicht. Nein, ich hab kein TeamSpeak. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich meint. Ich schreib jetzt einfach mal, ich hab kein TeamSpeak. Aber hab ich vielleicht vor, mir demnächst zu machen. Ich hab kein TeamSpeak. Mann, oh Mann. Und selbst wenn, wenn das so ein Server-TeamSpeak ist und ich da raufgehe, hab ich 3000 Stimmen in der Aufnahme. Und das will ich meinen Leuten doch bei meinen Abonnenten nicht antun. Die kriegen noch ein Klapps. Die sitzen dann davor, halten sich die Ohren zu und denken, Ah, ich verstehe mich, ich verstehe mich. Um Himmels Willen, du, so, so grausam. Naja, sind wir noch nicht. So grausam sind wir dann ja mal doch nicht unbedingt. Da ist unser Yoshi. Wenn ihr wissen wollt, wer noch lebt, einfach auf List Arena eingeben. Das verstehe ich eh nicht. Mit den Zomber, Zomber, mit den Server-Gombis komm ich eh nicht klar. Also eine Holzwand, die hat ja auch so Style. Also man muss es einfach sagen. So eine wunderschöne Holzwand, kann ich die sogar benutzen? Ey, ich kann die benutzen. Ich schwenke durch den Raum, beobachte. Oh, Steve, beobachte die geheimen Leute. Mensch, jetzt lass mich doch spielen. Das soll hier ein Let's Play Hunger Games werden. Nicht, nicht, Let's Play guck durch die Gegend. Das ist auch, alu, bitte. Ich kann mir alle Leute angucken. Guck mal, der da ist hübsch, der da ist auch hübsch. Der sieht komisch aus. Was das sein soll, weiß ich nicht. Der Steve mit der Mütze hat auch Style. Wieso hat der eigentlich sein Item behalten? Ich hatte auch eine Goldrüstung. Ach, guck mal, der hat Style. Der sieht typisch jugendlich aus. Ich schätze mal 16 Jahre. Hallo übrigens, ich grüße dich, mein Freund. Letztlich auf den Machen. Nee, schade. Oho, hallo. 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 Der sieht mich bestimmt nicht. Der hat ja Haare. Äh. Alter, sag mal, kann ich jetzt auch mal wieder... Leute, wieso bin ich über dem Spawnhaus? Ja, das können Missgeschicke sein. Oder ich bin einfach VIP, hab mein persönliches Kraftfeld um mich rum fertig werden. Das sagst du mir schon zum zweiten Mal. Ich will da jetzt mal wieder spielen, du Horst. Ich drehe die Musik mal ein Stück leiser. Ah, tausend Leute sind schon wieder bei mir. Wieso stehe ich schon wieder in der Mitte? Ist jetzt alles neu received oder was? Nee, anscheinend nicht. Ich komme immer noch nicht rein. Schweine. Game Disable. Oh, Disable. Alter. Ich bin aber alles ganz schön zurückversetzt hier. Oh, man, wenn es will. Leute. Was ist das für ein Käse hier? Willkommen auf dem Server. Das sagst du mir zum 80. Mal. Ich will aber nicht auf dem Server. Ich will ins Spiel, du. Oh, Mensch. Ich glaube, ich nehme danach noch mal eine Runde Minecraft auf. Ich sollte vielleicht... Oh, los. Leute, los. Auf ins Getümmel. Stürmt euch rein. Irgendwohin. So, wo sind wir gelandet? Ach, du Scheiße. Super. Alter, war das geil aus. Schau mal. Kann ich gehen? Nein. Na toll. 60 Sekunden dauert es. Juh, wir sind wieder in einem Spiel. Juppia, juh, 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 juh. Nach ungefähr 10 Minuten sind wir wieder in einem Spiel. 10 Minuten total verlabert. Ich wette, die Hälfte von euch hat eh vorgespult. Ich bin böse auf euch. Ihr habt vorgespult. Ich würde mich jetzt nicht... Ich traue mich ehrlich gesagt nicht die Musik wegzumachen. Sonst heißt es hier gleich irgendwie sowas wie... Äh, Game startet in 3, 2, 1, dumm. Dann stehe ich da. Nee. Sponsoren, Spieleleiter oder Administratoren. Unser Freund Dome, hast du jetzt... Teamspeak. Nein, immer noch... Huch, was war ein Set jetzt? Ach ja. Nein, immer noch nicht. Mensch, Kofi. Wack, ich höre Musik, Alter. Alter, Assisprache hier. Alter. Das hört mich irgendwie an Aldi. So. Da sind Kisten. Ich habe Lust, mich richtig auf die Kisten zu stürzen. Aber ich wette, das ist ein totaler Fehler. Weil dann alle da hingehen. Wir müssen uns eine Strategie ausdenken. Da geht es nämlich auch noch ein. Ich wäre da... Ja. Ich wäre dafür, dass wir nämlich dorthin laufen. Das hat mich irgendwie keiner vor... Ey, das ist unser Freund. Hallo, mein Begleiter. Kannst du es dir bitte holen? Ich mache einen privaten Channel. Nein, geht gerade schlecht. Also wenn ich das nächste Mal aufnehme, dann mache ich das definitiv irgendwie besser. Also dann weiß ich nicht. Dann organisiere ich das ein bisschen besser. Das ist mir jetzt hier ein bisschen so ein großes Trubelmudel. Äh, von mir aus. Von mir aus. Ah, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Drei, vier, drei, zwei, eins. Starten. Juhu. Ich will truen. Wenn ich keine truen kriege, schlache ich euch alle. Ich will gar nicht wissen, ob jetzt gerade 60 Leute in der Meer laufen. Das will ich echt nicht wissen. Die bringen mich ja hier alle gegenseitig, und was? Aber ich kann rauslaufen. Glaube ich gerade voll in die falsche Richtung? Äh. Bin ich jetzt gerade leicht fail, oder muss das so sein? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier fail bin, oder ob das sein muss. Aber laufen wir einfach mal hier hin. Schadet bestimmt nicht. Hier sind bestimmt auch irgendwo Kisten. Die Gegend ist schön. Sind hier irgendwo Kisten versteckt? Was heißt hier, die Periode hat geendet? Ziemlich veräppeln, ich bin gerade erst raufgekommen. Hallo? Rennt ihr hinter Noobs her? Ja, hier Noob. Ich gebe dir gleich Noob hier. Ich bin Meister King of Disaster. Oh, das sieht... Oh, oh. Magischer Baum. Oder ist das jetzt hier auch so ein privater Camp... Äh, Camp... Camp Natur Mutter Platz. Also, ich glaube, ich mache hier gerade irgendwie mehr Let's Show als Let's Play. Kann das sein? Ich bin auf der Suche nach Truhen, oder bin ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen ganz falsch? Kann das sein, dass ich ein bisschen ganz falsch hier bin? Ich bin hoffnungslos verloren. Hilfe. La, la, la. Ähm. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, aber ehrlich, ey. Was schildern wir denn auch nicht aus? Hier ist nur ein Baum. Ich glaube, ich bin hier falsch. Und ich verhungere übrigens gerade. Wir gehen mal wieder zurück. Das ist, glaube ich, gesünder. Ja, ich habe gerade Schaden. Kann gerade nicht. Ja, ich auch nicht. Ich gehe mal wieder zurück. Kann keiner sagen, wo das zurück ist? Das ist doch nicht wahr. Mann, da hatte ich schon eine Strategie, und dann ist sie auch wieder kaputt. Wie kommen wir jetzt hier? Ich glaube, das war da oben, ne? Ach, nö. Ich verhungere gleich. Ich krippiere doch gleich schon. Ich fülle allein den Rückweg schon und nicht mal. Oh Gott. Aber ich mache gerade alles falsch, was man falsch machen kann, oder? Ich habe jetzt noch gar nicht richtig... Ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Zeit Hunger Games gar nicht richtig gespielt. Ist ja jetzt nicht wahr hier. Ich glaube, ich mache meinen eigenen Hunger Games Server auf hier. Wähle ich mir dann ein paar Abonnenten aus. Die lasse ich dann spielen, und ich spiele Admin. So. Ich fülle wieder zurück. Ist der Eingang jetzt irgendwie versiegt, oder? Admin help. Admin help too, hier. Ich komme mir gerade leicht irgendwie verarscht. Vielleicht da oben auch... Ne, da auf dem Baum war ich schon. Das muss irgendwo hier unten sein. Ich bin verlassen und einsam. Will mir denn keiner helfen? Schickt ein Rettungsteam. Dome ist verloren. Ah! Oh Mann! Was soll der Käse hier? Lass mich doch mal... Och, nö. Das ist doch alles verarscht hier. Sag mal. Ah! Da siehst du, jetzt verhungere ich auch noch. Klasse. Warte, vielleicht finde ich ja noch den Eingang. Ich kann meine Ehre retten, indem ich in den Eingang reinlaufe. Ist das da oben? Das ist da oben. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich glaube, es ist da oben. Wehe, es ist da nicht. Dann werde ich sauer. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich... Scheiße. Ich schaff das. Nein! Lass es mich schaffen. Bitte. Will ich jetzt in den Eingang. Das sieht aus wie der Eingang. Es ist nicht der Eingang, oder? Ist das der Eingang? Ich glaube, der Eingang ist versiegt. Wie kann das sein? Nein, das ist der Eingang. Hilfe! 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 Ich krepiere gerade. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. Da ist eine Truhe. Ah! Ich muss es... Nein! Mann, den Job, dass die da dicht machen. Das ist doch eine Verarsche. Das ist doch alles Arsch hier. Was soll das? Ach, nö. Das ist doch jetzt nicht wahr. So, wer hat ein Problem? Hier, Hand hoch. Och, nein. Manu. Jetzt haben wir ja schon wieder abgekratzt. Ist doch nicht wahr. Immer trifft es uns. Wir sind die ganz Armen hier. Och, Manu. Das ist meine Musik. Geräusche habe ich auf 20. Ich habe aber nichts, was die Leute machen. Och, nee. Ist doch alles blöd. Titankraft, was sagst du denn dazu? Findest doch auch blöd, ne? Ich hab voll verloren. Ich hab total abgeloost. Ja, kannst du das bestätigen? Ja. Der guckt mich an, als ob ich so ein Loch im Bauch hab, ey. Kannst du durchgucken und siehst du auf der anderen Seite irgendwie ein Koala-Bär da drin sitzen? Nee. Ja, ja, sweet. Sweet! Der brennt.